Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu der SQL-Serie. Hier an der Stelle möchte ich allerdings mal ganz kurz sagen, die SQL-Serie, beziehungsweise eigentlich alle meine Serien, wachsen dynamisch. Die wachsen mit dem, was ihr mir sagt, was ihr euch noch wünscht an Themen und was ihr noch als Tutorial braucht. Und so ist es auch mit dem Video heute. Wir haben ja schon uns die Installation von MySQL angeguckt. Heute war gewünscht, wie kann ich eigentlich bei mir SQLite installieren, beziehungsweise was ist eigentlich SQLite und was genau kann ich damit machen. Und ja, das wollen wir heute klären. Also zunächst einmal SQLite ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wie ihr Datenbanken, SQL-Datenbanken verwalten könnt. Das heißt, wir haben zum Beispiel MySQL, wir haben PostgreSQL und so weiter und so fort. Und das sind alles Datenbankverwaltungssysteme, Database Management Systems. Das heißt, wir wollen die Datenbanken darin verwalten. Bei SQLite ist das ein kleines bisschen anders. SQLite ist eigentlich genau genommen kein Datenbankmanagementsystem, sondern eigentlich nur eine Programmbibliothek für eben relationale Datenbanksysteme. Das heißt, sehr kompliziert ausgedrückt, MySQL und PostgreSQL verwalten Datenbanken für euch. In SQLite sind Datenbanken einfach nur Dateien und ihr könnt sie laden, mit welcher auch immer Programmiersprache ihr wollt, mit welchem Tool ihr wollt. Alles kann quasi darauf zugreifen. SQLite definiert sozusagen einfach nur, wie eine Datei auszusehen hat und wie sie mit dem Außen interagieren kann. Es ist quasi eine spezielle Datei. Und dadurch ist das Ganze ein bisschen leichter zugänglich, weil man sich nicht so in dieses, okay, wie funktioniert jetzt MySQL, wie funktioniert das, wie funktioniert das einfuchsen muss, sondern man kann hier relativ unkompliziert neue Datenbanken erstellen, relativ unkompliziert darauf zugreifen. Und das natürlich auch dann in allen Sprachen. Für Python hatten wir ja schon Tutorials uns angeguckt, für andere Sprachen auch. Falls ich das irgendwo noch nicht gemacht habe und ihr es euch wünscht, dann sagt mir das bitte. Und ja, an der Stelle möchte ich hier mal den DB Browser 4SQLite empfehlen. Der ist Open Source. Auf GitHub könnt ihr euch alles durchlesen. Gibt es für Windows, gibt es für Windows Portables, also ohne dass ihr es installieren müsst sogar. Gibt es für macOS, gibt es für Linux selbstverständlich. Und ja, also ich würde euch tatsächlich die Linux Variante einfach empfehlen, hier über den Paketmanager zu installieren. Klar, unter macOS könnt ihr das Ganze einfach hier über Homebrew zum Beispiel installieren. Und unter Windows könnt ihr einfach hier den Installer runterladen. Und dann habt ihr diese wunderschöne Datei hier. Ich habe das mal ganz kurz rausgeschnitten, ich muss ja auch runterladen. So, und wenn ich die jetzt installiere, dann gehen wir hier einfach auf Next. Wir akzeptieren selbstverständlich, die ich davor natürlich alle gelesen habe, wobei hier nur License dabei ist, die ist eigentlich ja ganz angenehm. Dann wollen wir das Ganze nicht auf dem Desktop. Ich mag das nicht, wenn es auf dem Desktop rumgammelt, aber im Programmmenü hätte ich das schon ganz gerne, was SQL Cypher sein soll. Das klären wir wann anders. Ist im Endeffekt ähnlich wie SQLite, aber wie gesagt, wann anders. Und dann machen wir hier auf Next, Next und Install. So, und dann haben wir es eigentlich schon soweit fertig. Und wir sehen hier, dass wir finishen können. Und dann können wir hier oben einfach den DB Browser SQLite in unserem Startmenü auswählen. Und schon sind wir hier drin. So, lasst mich das ganz kurz ein bisschen kleiner machen für euch. Denn, ja, hier drin kann ich jetzt natürlich alles Mögliche machen mit Datenbanken. Ich habe hier rechts meine Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten. Rechts unten habe ich im Endeffekt andere Integrationen, nicht so wichtig. Was wir als erstes machen wollen, ist, wir wollen hier eine neue Datenbank anlegen. Falls ihr schon eine habt, könnt ihr sie hier öffnen. Eine Datenbank bedeutet hier in diesem Fall immer, wir wollen sie tatsächlich als Datei speichern. Ja, heißt, ich gehe hier rein und speichere mir die mal als Tutorial SQLite Punkt. Jetzt kann ich Punkt DB, Punkt SQLite, Punkt SQLite 3 oder Punkt DB 3. Ihr seht die hier unten nehmen. Und wir nehmen jetzt hier Punkt SQLite einfach. Und das möchte ich hier drin haben. So, und jetzt können wir hier unsere Tabelle benennen. Das heißt, wir benennen unsere Tabelle erstmal Tutorial. Und können hier noch weitere Felder hinzufügen. Diese Felder geben an, wie eigentlich alles bei euch aussieht. Jetzt ist das allerdings nur eine Tabelle, ja. Also meine Datenbank an sich, also nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Meine Datenbank ist das hier. Das ist quasi das, was ich bei MySQL zum Beispiel als Datenbank bezeichne. Das kann ich hier einfach als Datei, kann ich verschieben, kann ich hin und her kopieren, kann ich mit anderen Leuten teilen und so weiter und so fort. In einer Datenbank sind mehrere Tabellen. Und eine davon wäre jetzt meine Tabelle namens Tutorial. Hier kann ich also noch ein Feld hinzufügen und kann einfach mal ID sagen. Beziehungsweise ich kann es auch einfach mal User nennen. Das ist, glaube ich, realistischer. Möchte hier einen Integer machen. Möchte das Ganze als Primary Key setzen. Vielen Dank, das hat eine Weile gedauert. Möchte es Auto-Incrementen. Und was ist U? Eindeutig. Ah, Unique. Okay, gut. Und möchte ihn Unique halten. So, das passt eigentlich für mich so. So, dann möchte ich für meinen User noch Username haben. Das ist allerdings kein Integer mehr. Ah, und das ist natürlich jetzt hier schlecht. Lass mich mal hier kurz ein bisschen breiter ziehen. Nein, das geht nicht. Okay, dann müssen wir das hier breiter ziehen. So, jetzt geht das. Ich hätte das nämlich ganz gerne auf not null. Dann ist das Ding nämlich positiv. Dann haben wir hier einen Username. Der ist einfach Text. Was das alles genau bedeutet, das erfahrt ihr in der Playlist. Ich zeige euch hier nur, wie ihr mit SQLite sozusagen umgeht. Das heißt, bitte, ihr müsst nicht alles verstehen. Ihr könnt auch einfach in die Playlist reingucken. So, dann wollen wir hier nochmal einen Text haben. Und ich will das Ding E-Mail nennen. Zum Beispiel. Okay, cool. Und damit habe ich meine Datenbank und meine erste Tabelle schon fertig. Ich kann hier sogar noch Constraints einfügen, was ich hier mit meinem Primary Key schon getan habe. Hier unten steht auch theoretisch das SQL-Statement, das wir in unserer Programmiersprache ausführen könnten. Falls wir das automatisch machen wollen, was wir in dem Fall nicht wollen. Und ich kann hier einfach auf OK klicken. Und jetzt habe ich hier schon zwei Tabellen. Die eine wird euch automatisch erstellt von SQLite, nämlich SQLite Sequence. Und die brauchen wir nicht. Wir brauchen die User. Und jetzt kann ich hier ganz einfach alles machen, was ich möchte. Ich kann hier eine neue Tabelle erstellen. Ich kann Index erstellen. Ich kann die Daten durchsuchen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, was möchte ich denn machen? Ich kann auch einfach SQL ausführen. Select all from users. User? Users? Shit, wie habe ich sie genannt? Ui, das ist offensichtlich nicht mit. Genau. So. Genau. Wurde ohne Fehler beendet. Ergebnis 0 Zeilen in 6 Millisekunden. Weil halt nichts drinsteht. Also es steht ja legit gar nichts drin in unserer Datenbank. So. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch natürlich Daten einzufügen. Mache ich mal ganz kurz. In, ups. Insert into User. Ja, was wollen wir denn alles? Und zwar, wir wollen, jetzt muss ich mal ganz kurz hier rüber gucken. Wir haben ID, Username und E-Mail. Also Username und E-Mail sind das, was wir einfügen wollen. Username. Genau. Und E-Mail. Ups. Und zwar wollen wir die Werte einfügen. Wir will use Username Morpheus und E-Mail Morpheus at Morpheus. Morpheus. Also keine echte E-Mail-Adresse. Ihr könnt euch denken, dass es noch keine Top-Level-Domain.Morpheus gibt. So. Das möchte ich jetzt ausführen. Und tu das auch. Und jetzt haben wir hier die Query offensichtlich erfolgreich ausgeführt. Das steht hier unten. Das ist ein bisschen klein. Das Ganze skaliert nicht richtig. Es liegt nicht an irgendwie was Besonderes. Sondern es, ja, ich habe hier hohe Auflösung. Dementsprechend sollten eigentlich alle Icons größer werden. Daran haben die hier noch nicht gedacht offensichtlich. Macht aber nichts. So. Wenn wir jetzt hier auf Daten durchsuchen gehen, sehen wir hier User 1. Das wäre... Da fehlt noch was. Genau. Okay. Also wir gehen jetzt hier erstmal auf Änderungen schreiben. Und dadurch werden erstmal alle Änderungen in die Datei reingeschrieben. Ihr seht jetzt, die hat jetzt 16 KB. Ihr könnt ein bisschen im Video zurückspulen. Da hatte sie noch 8 KB. Das heißt, wir haben jetzt einen Eintrag hier drin. Die wächst quasi dynamisch mit. Und ja, jetzt kann ich theoretisch auch die Datenbank wieder schließen. Kann sie an andere Leute weitergeben und so weiter und so fort. Ich kann jetzt hier aber auch, wie gesagt, auf Daten durchsuchen gehen. Ähm, und sehe hier theoretisch alles, was hier drin ist. Ich kann hier aber selbstverständlich auch eine, äh, ist das hier die neue Query? Genau hier. Select all from user. So. Tada. Und wir haben, ähm, hier einmal die, äh, Query zurückgegeben bekommen. Das heißt, ID 1, Username Morphys und E-Mail, ein bisschen breiter, Morphys at Morphys.Morphys. So, das heißt, alles, was hier drin steht, können wir jetzt wie in einer ganz normalen Datenbank auch ausführen. Wir können hier SQL ausführen. Wir können hier die Daten theoretisch durchsuchen. Ähm, und wir können hier theoretisch auch die ganze Datenbank bearbeiten. Und hier unsere Datenbankstruktur angucken. Das heißt, was genau sind denn eigentlich unsere Spalten und wie sollte eigentlich das Ganze aussehen? Jetzt kann ich das natürlich einfach hier mit dieser Datei nehmen und kann diese Datei hier, also ohne irgendwelche komischen, lästigen Netzwerksachen, Portfreigaben oder sonst irgendwas, kann ich einfach diese Datei als Datenbank nehmen und hin und her reichen. Das ist teilweise ein wirklich angenehmer Einstieg, um mit Datenbanken das erste oder das zweite Mal zu interagieren. Ähm, dementsprechend kann ich euch wirklich empfehlen, einfach mal ein bisschen mit SQLite rumzuspielen und vielleicht in dem Laufe dann auch noch die Tutorial-Reihe von mir zu SQL ein bisschen anzugucken. Und wenn ihr dort irgendwas findet, beziehungsweise wenn ihr euch denkt, Mensch, ich hab mal davon gehört, ich will dazu ein Tutorial, ich versteh's nicht ganz, ähm, dann bitte meldet euch und dadurch wird natürlich auch jede Reihe bei mir wachsen. Deswegen, das hilft mir extrem. Ich danke euch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.